Jetzt wird das ja nicht mehr so weit oben hängen. Ah, die haben mitgedacht. Giant. Dass du das Ding erwähnt, dass du das Ding erwähnt, dass du noch mal von unten dran koppeln kannst. Ja. Ja, aber nicht allzu weit. Auf meinem Freiraum. Ja, dann stell das Ding hier bloß schon mal schluckbereit hin. Ich mach mal zu weit oben hin. Ja. 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 Krass, wa? Ich geb Gas. Ich geb Gas. Ich geb Gas. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Nein, nicht wirklich. Du kommst nicht über so einen kleinen Kackhaufen. Was ist das denn? Du kommst nicht über einen Kackhaufen. Ja. Ich hab' ja schon danach beinem Futterband. Ein Musiker. Ein musikalisches Förderband ist das. Ja geh, Papa mal. Du, äh, echtes Toterband müsstest du mit, 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 mit den Arsch schon rumschieben. Ja, mein Ernst. 72.000 Attacke. 72.000 Attacke. Ja. Ah, cuteches. Bist du da? Bist du da? Nein. Also, ich bin in den komischen Pine-Stark gespawnt. Hm? Ich bin in den komischen Pine-Stark gespawnt. Da unten. Ich weiß Gott, ich muss sogar schon das. Ja, äh, ich sag mal RIP, äh... Weiber, neiga. Stimmt. Ja. Ich kann nur roten ja ruhig. Ein bisschen fliegt die Problemonik. Kann man, ey. Ach, drückst du mal wie das Problem? Oh, drückst du mal hin. Da kann auch roten, bis das rot wird. guckst du da morgen trotzdem mal wegen des Schatzes Baby wenn sie viel zu trocken ist, dann leidet sie nämlich nicht mehr Baby aber René ist es denn komischer, da sieht man auch irgendwo näher ja, die haben sich gestern nur zugesagt mit mir PC teilen und schießen gestohlen, weil ich dachte, okay Schatz, Schatz, guckst du mir gerade mal nach der Pasta schaukeln so schaukeln schaukeln und für da wo ist die Frage ob du sowas da habt denn ja ja am Arsch vor kurzem geholt habt ihr hier mal vor kurzem schon neu gemacht oder habt ihr die erst vor längerem immer noch die Eide durch. Weil es schützt gar nicht wenn sie schon mal neu gemacht habt dann braucht ihr mir nicht noch mal nachgucken ob es in der liegt das eh schon was es gibt sind die Trescher die eine Ballenpresse drin haben also früher gab es das noch. Das hat schon wohl nicht sehr bewährt weil die meisten Bauern das ja eher ein Gängsel haben ja dann haben sie das Ding auch abgebaut oder es kann auch daran liegen dass ein Lüfter halt sagt so von wegen äh nö ich will nicht mehr die letzten Tage war das nicht so das will jetzt noch sein den Lüfter kann mir derzeit auch den Geist abgeben jetzt kannst du Wanderfressen weil du als Mensch gibst ja auch mal irgendwann mit der Zeit den Level Up ja das stimmt hast du bei dir da unten irgendwie ein Auto? mh mh ich bin grad in der Häusern drunter und guck da durch weil ich ja mein Zeichwort nicht hab muss ja wohl wieder was rein sacken wo ist die soo gucken wir mal ob es die App denn schon aktualisiert hat wir haben ja bestimmt 80.000 geknackt wir haben ja hier hört ich tuig meine extension ich ja doch passt erwieser wenn er neu gemacht oder wenn sie mal neu gemacht vor kurzem also dann braucht es nicht das haben schon eine Weile und das war noch schon schon reichen Was ist das hier? Was ist das hier? Schatz, ich sollte von René sagen, du kannst den ziehen. René, du kannst René ziehen, René ist da. Sollte ich schreiben, wer soll ich sagen. Der hat mir gerade geschrieben. Der hat mir gerade geschrieben. Ja. Ich bin jetzt Streaming-Channel, du Schatz, deswegen kann doch keiner rein. Wir haben gerade den Verstauern gefunden. Ja. 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 Kürtel zu dir aus um Schocken und die Schussstücke so nix nicht ... ... ... ... Ufff! Verbindung bitte, äh, verbinden bitte, Rotten. So wird komplett abgekratzt, oder? Da muss man halt 3,9 Millisekunden! Oh, ey, die werden das mal fixen, die Idioten! Was denn? Sag noch mal, ich muss mit dem Charakter immer mal schlafen, dann sag mal, fuck! Ja, der hat so komisch, wirklich, äh, geschnappt. Uff! Da stellt er noch auf dem Dach. Es ist umgefallen. Da ist noch Spieler drauf. Da ist noch Spieler drauf. Es ist umgefallen. Es ist umgefallen. Was? Ich weiß gar nicht, wo ich schon war und wo noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich schon war und wo noch nicht. Ich bin gerade fast nicht, ich bin gerade in einer anderen Spieler reingefahren. Habe ich mich erschrocken, Alter. Das spielten so auf die Gegner, oder kommst Du den Spieler in den Gegend raus und fahlst voll in die Schrift. Let's fuck auf du, mäh. Ich ziehe überhaupt keine Gedanken. Schlecht stand auch nicht, Schatz? Das war's. Was? 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 Umf Type Sie dürfen verbunden gehen auf dem Thema Maschum Muss nicht Stehen Der Schlafdruck Jetzt spüren wir alles gut. Ja sicher. Ja. Gut, komm zu mordet. Kurs der Kummer noch doch was da Kupfer Ja, sag ich mal, wenn der Zeit hat, sollen wir runterkommen. Ja, warum soll das denn? Ja, sag ich mal, wir müssen mal auf die Masse. Machst du da nochmal? Hm? Nee, ich hab mal meinen Kopf gebrockt. Ja. Mann, die. Da steckst du nur außer da ein. Hä? Da steckst du nur außer da ein. Das ist ein Bug. Ich weiß. Oh. Geld. 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 Oh. Nee, hier schließen wir jetzt keine Zermüß mehr. Das ist ja nicht alles. Genau, weil jetzt... Ja, hier war das. Hier sind wir ein vorrein geraste Typ. Das sollst du das nicht machen. Volle Öl. Das soll ich dir sehen. Jo, 48,000 Lüter. Wie viel passen da mal? Nein, guck's schon. Denk ich mal. Ja. 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 So, jetzt arbeitet das Ding in Ruhe durch und du kriegst nochmal schön Mocke erst mal. Der Bucke ist fast vorfällig. Auf zwei Fische KC. Funktionieren die zwei, oder? Aber hast du bloß auf gut Klick rausgesucht? Schatz. Hm? Baby. Funktionieren die zwei, oder? Wie mache ich das dann wegen, ähm, weil das nehme ich dann als Zweitfestplatte, wie mache ich das dann, dass da drauf gespeichert wird? Wenn du zwei Steckplätze hast? Ja. Die hängen alle rein im Kabel. Was? Du musst dich eine Festplatte auf Motherboard und auf Strom verbinden. Ja. Ja, die Luft wird dann auch die Bede über ein Kabel. Okay. Hm? Wie sollst du ja bei dem Förderbandsystem sollst du ja, dass das große Teil irgendwie bewegbar machen können. Wir machen das schon. Ich wollte gerade sagen, Manny, ich wollte gerade zu dir sagen, Schatz, äh, du machst da ganz schön viel falsch, du. Du machst mir Angst. Was, what? What? Du hast doch so Schatz zu mir. Oh, what? Hallo? Wir fahren hier gerade Hand an der Hand. Da muss es doch gerade passen. Hahaha. Ich wollte, ich hab's nicht gesagt. Ja, hast aber trotzdem alles gesprochen, dann auch. Oh, mimi, mimi, mimi. Ich hab's noch nicht mehr gemacht, das war gut. Ich hab's ja noch nicht gemacht, aber gut. Klar, du bewegst seinen Kopf vormal rüber. Sicher, weiß ich nicht. Äh, 1, 1, 1, 2, 2. Der wollte gerade auch so sein Schatz zu mir sagen. Sie sind ganz stolz, wir sind fast leer gefahren, wir sollten mal umsteigen. Aber vorher, damit keiner das Auto hier klauen kann, dann klaue ich mir mal den Scheiß da raus. Ich weiß, am Ende ist es geschockt. Nee. B? Wolltest du noch hin? Ich sehe das. Was? Guck auf die Straße. Guck doch nur nach hinten. Wir haben einen Geländewagen, ja? Du guckst mich gerade die ganze Zeit an. Jetzt hör aber auf. Guck die ganze Zeit auch hinten, aber gut. Weil hinter uns noch zwei Zombies sind. Wo denn? Da sind keine. Hast du Hallis? Was? Ja, jetzt ist du vielleicht keine. Hast du Halluzinationen? Ja, weißt du was, fahr doch alleine. Nein! Wo bist du jetzt hin? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Herrlich. Ich bin da aus dem Auto rausgesprungen. Das habe ich nicht gemacht. Dafür sind wir bei 126.000. Der Einruf ist jetzt voll. Die 50.000. Das guckert halt so Stück für Stück für hoch. Ich würde lange befüllen. Nö. Ja. Dein Name flackert über deinem Tischeldrück. Dein Name flackert über deinem Tischeldrück. Hallo, Morf. Hallo, Morf. Was machst du du? Schon aus, ich dich. Quatsch. Nö, lass bis dahinten rum. 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 Du kommst fast weg. Du musst fassen auf, ich kann alles hoch. Was kann ich fahren? Doch sagt, du kommst also wenn du in Ruhe? Du kommst warum. Du kommst его hoch. Du kommst depois, 어디 weg? Ich gehe mal das Auto hoch. Was? Aus jemandem packets ِ� kollt. Das glaube ich kein Schlüssel habe. Du haston Hot-ає-do list. Vor 59 Metair. er hat wohl er ist wie viel da oben drin ist 4 muss so warten muss auch bei drücken Kupenbund ja auch so klein ja auch betrifft Nein! Nein! Maff! Bleib stehen! Du Arsch! Bleib doch mal stehen! Bleib doch mal stehen! Bleib doch mal stehen! Mann! Maff! Das war die Reaktion von den Elefanten. Nein! Mach das Konto schon mal so gut! Wird es ein einziges Mal E drücken müssen, dann wärst du schon in deinem Fahrzeug gewesen in den 2 Sekunden da. Kannst du dich mal anziehen? Ich bin angezogen. Schäm dich, ey! Schäm dich! Schäm du dich! Ich bin doch immer halbnackt! Ach nee, Quatsch! Ich bin ja aufs Geruch und jetzt tafft er wieder so vorbei. Was? Du siehst meine Muschi? Was? Nee! Ich lass mal genauer nachgucken, wie sie noch wurde. Du bist doch! Du sitzt meistens immer in Unterwäsche neben mir. Du siehst ja gleich komplett aus. Ah, das gefällt dir, wird dauer. Du musst ja nehmen mal Möpse dann, das ist doch lustig. Nein! Ich seh, dass du mich schon mal anguckst. Ich gucke nach hinten, ne? Und fahre auf der Straße! Ich werde mal nach vorne gucken. Ja, ich muss ja gucken, dass ich noch drinnen sitze, ne? Ich sitze die ganze Zeit drinnen, du wirst schon merkwürdig aussteigen. Okay! Ups! 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 Da steht die Flasche. Gute Sonnenzüge, krass man nicht. Wir haben in einer großen Gruppe Dings gezockt, der Abteil in Z1. Dann haben wir nur Scheiße geworden. Dann haben wir alle Quatsch und so weiter in den Supermärkten verstaut. Dann haben wir auch von Pissauer gezockt und alle Autos, die wir finden konnten, haben wir auch in den Supermarkt geparkt. Dann haben sich zwei Leute auf Entfernung gelegt mit einer Snipse und die Leute haben keinen Stress geschnallt. Wie alle, die in den Supermarkt rein wollten. So richtig fies halt. Bad oder Gelände? Was ist die Liebe? Mir ist das bewusst. Quatsch ist schneller. Hält doch mehr aus. Guten Abend an die acht Zuschauer. Pfff. Wir lassen... Lassen erst mal die BGA schön durchschlüpeln und dann haben wir ja sehen, was wir da lassen wollen. Und an die sieben Zuschauer, je nachdem. Aua! Warum machst du das auch? Das ist ein Zombie, der uns nicht böse. Richtig nice. Ich hab ein neues gemacht. Das ist nur noch fünf. Ich sitze. Ich sitze. Ich sitze. Machst du noch mal, Schatz? Teloskop-Later? Alter, ich war jetzt unter der Erde. Teloskop-Later? Nur, ich weiß. So, aus als wäre ich ins Wasser gepackt. Ja. Muss ich da ein Rechner ausmachen oder kannst du es auch um Anzustand machen? Schatz. Oder kannst du es auch um Anzustand machen? Haben wir es bald quatt? Schraub ich bei der JTV. Jeden Tag guckt er zu. Juhu, ich rolle und rolle und rolle. Na, wenn sie schon schlecht? Nö, schlecht nicht. Sieht nur ulkig aus. Hui, 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 hui. Oh, das Quad hat meine Hände gefunden. Ach, bist du mitgerollt? Kannst du mal sehen, wie fett wir sind? Wir rollen zu kurz. Du meinst, wie fett du bist, ja? Du, du bist mitgerollt. Nee, ich bin abgesprungen mit du. Ich bin da heraufgesprungen auf das Auto die ganze Zeit. Das macht doch Spaß, rolle, rolle, rolle. Kennst du das, rolle, 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 rolle? Roll mal den Ball. Siehste, warte. Das passiert nicht. Jetzt hat es nicht geklappt. Das ist das Tolle an dem Quad. Das Quad hat ja komischerweise mehr aus als normal. Hier. Hui. Ach, Mann. Hui. 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 Unter der Erde ist noch eine Erde. Oh. Unter der Erde ist noch eine Erde. Ja. Was hab ich schlucken? Ja, was schluckst du so für Sachen? Ja. Oh. Pfff. Ich will nochmal. Ich will nochmal. Ja, kommt doch gleich. Normal. Jetzt das Baby von den Dinos. Hui. Jetzt das Baby von den Dinos. Normal. Ups. Das warst du. Ja, gleich kann ich das. Nicht die Mama. Ja. Hab ich früher alle Figuren gehabt, bis auf das Baby. Wir haben nie das Baby gefunden. sonst hab ich alle. Ich hab nur das Baby gehabt, alle anderen hab ich nie gekriegt. Toll. Aber das Baby hatte ich mehrfach da auszuholen. Ich hatte alle anderen bloß nicht das Baby. Hui. Ach, Mann. Was halt ich so früh hui sagen, ne? Hahaha. Ich fahr extra so scheiße, weißt du, damit es endlich mal wieder zum Überschlag kommt. Aber es passiert einfach nichts. Die Welt sagt sich, der fährt so scheiße, dem gönnen wir keinen Spaß. Hahaha. Und wenn ich das dann nicht haben will, dann krieg ich das in den Arschenschub, ne? Wir haben noch 27% Sprit. Du weißt das in den Holm. Ach was. Ich glaube auch, dass nur noch drei Kinder sind dabei. Du weißt, was machst du jetzt? Du weißt, was machst du mit dem kleinen Finger nix zur ganze Hand. Dicke, schöne Extensions. Wir sind noch einen kleinen Betrieb. Du siehst immer geil aus. Ja, ich? Ich? Nein, der Zombie, die runterrutscht. Aha. Die rutschen sich schon in den Gegner. Ach, ich spiel, ähm, ähm, ich spiel den Challenge. Was? Ich spiel den Zombie da mit drauf, aua. Ich spiel den Zombie da mit drauf, aua. Und ein Käsequadrak. Komm mal her zu mir. Haben wir nicht. Wissen du. Jus. Ich sehe dich gar nicht. Ich verbluse gerade, Alter. Hä? Ach, da unten. Was hast du denn? Mit Zombie, aber ich hab keine Mompeln, ich hab mich zu helfen, aber ich hab Pfeile. Wollte eigentlich reichen, oder? Ich hab mich dir im Pfeil in den Arsch geschossen. Geh mal achte mal auf dein Leben. Dann biete dir noch einen Sageachter auf dein Leben. Und was macht sie? Sie achtet nicht dafür lebt. Boah, diese Schwulen, die ist immer, Alter. Boah, nice, 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 nice. Boah, dagegen ist gewischt. Du. Bleibst du mal dort stehen, dass ich mein Zeug wiederhauen kann? Geh ich so. Bitknife, Bruba, Coke, Koffee. Du lusest schon mal mein Zeug, du Schwein. Ah, das warst du. Ja, ist aber mein Zeug. Ja, das war interessant, du, was du denn dabei hättest. Ähm, ne, das ist in Mainz gewesen. Hä? Ich hab meine ganze Komfort dafür geopfert, was für dich geopfert habe. Was für dich geopfert habe. geschehen Prozent der Mischung ja ob es meister das Wichtste was ich gebrauchen konnte für die Woche was habe ich dazu guter Letzt nicht mehr die weiß mit Klaas das ist ja auch verrechten Partner und mit dem Fall hallo das ist mein mühsein zusammen erspartes zeug zusammen gesammelt hier der perna hat mir klein wieder alles geklaut du wichser ich weiß was ich bin ich bin stolz drauf du bist ein dämlicher wichser alter ja ja ich klau mir sogar meine Hose was sogar meine Hose hast du mir geklaut äh ich will die Ohne Hose dürfen sehen haha ne meine tolle Camouflage Hose ja 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 hol mir nicht du ohrenvoll du kriegst deine Schwester Camo wie der Katze die gleich sonst wollen piken das ist das Krankenhaus hast du das Krankenhaus und allein wegen einem einzigen Grund King of Fucking Hill ey haust du über dein Schwester ins Gesicht bist du geklaut ja sehste wo so schön wer es bedeutet ich denke den deutlich besser nein wer hat weiter gesteckt hat eindeutig mehr Spaß im Leben Schatz wie jetzt geht Geld bloß mehr Bock an aber ooooh und wo wo so ihr lieben 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 ich mach's erst mal feierabend na 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 warte mal warte mal warte mal möh wie normales krass so jetzt ja warte ich bin ja ich bin ja mal feierabend wir sehen uns morgen wieder und ja dann hoffentlich mal mit mehr spielen ja bis morgen ciao schlaf gut noch mal kitzelt mit dem end Untertitelung des ZDF, 2020